Der sagt, da kann ich nichts machen. Was will ich da tun? Der ruft den Tierarzt an und er wird das schon sagen, was du machen musst. Er in seiner Hektik, oder sie in seiner Hektik ruft an und erwischt den Tier auf den Nadeln. Der Nadeln büßt im Leib. Sagt sie, was kann ich tun? Ja, bei meiner Katz gerne so für die Haare aus, weil da kann ich gar nichts tun. Ich will nicht, wo ich die Sagt in dir verstehe und da von der Nadeln vorne aufhören. Aber da kann ich nicht mehr von der Haare aus. Die Sagt in dir bleiben. Ich will nicht mehr von der Nadeln. Das erste Mal so, wenn ich nicht mehr von der Nadeln bin. Da ist ja, wie die Sagt in dir ist. Musik Musik Bravo!